Wir dürfen jetzt! Ja. Ja, oder? Wir sind immer hin. Komm, komm zu mir. Guckst du mal aus den Fenstern? Bist du ganz klar? Ja. Bist du denn außen? Bist du denn eingeschlafen? Moment. Moment, ich muss erst mal meine Hose ausziehen. Du hast doch gar keine Hose an. Gib mal einen Schluck. Gib mal einen Schluck. Ach komm, du bist ja schon. Moment. Oh. Komm jetzt. Riff mich wieder nüchtern, du. Ja. Jetzt! Ja. Das wird aber auch so. Ja. Ach, du bist doch das Beste. Ja. Boah. Weißt du, wenn wir uns nicht geheiratet haben? Ist doch völlig klar. Du bist das beste Stück in der Stücke. Ja. Ja. Nee. Ja. Seid. Weil das funktioniert. Nee.